Na, dann wollen wir weitermachen. Die nächste Welt heißt War and Peace. 1 plus 1 is greater than 2. Play. Haben wir jetzt einen Verbündeten oder der Gegner? Mother must return. Attempting resurrection. Mother module corrupt. Need external reference to correct. Praise be the founders. Was ist das für ein Bild? Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Also hier muss ich starten, da links. Da ist ja ein Blob. Wo geht der hin? Das letzte Mal hatte der ja so einen Fixpunkt, wo der hingeht. Wann kommen die? 4 Minuten oder 30. Okay, fangen wir erstmal hier mit an. Nein, damit. Alle 4? Alle 4. Dann pflastern wir hier ein paar Tauern drüber. So in etwa, ja. Machen wir ein paar Pylonen, damit wir da hinkommen. Kann ich? Jo. Die Map sieht irgendwie einfacher aus. Mal gucken. Hier ist nachher Suppe, ne? Scheiße. Also hier sollte ich als erstes Verteidigung bauen. Irgendwie so würde ich das nachher machen. Müsste ich jetzt hier direkt anfangen, Waffen zu bauen oder so. Und da ist Grünzeug, Grünzeug ist auch nicht schlecht. Das heißt, hier brauchen wir dann nachher Raffinerie nachher. Aber wir können ja eigentlich schon mal hinbauen, wie wir das geplant haben. Ist das besser? Das muss reichen, ne? Ist nah genug eigentlich, denke ich. So. Und wir können ein Dings zerbauen. Energieproduktion. Und dann können wir erst mal starten. Mit Waffen. Und Waffen. Hier bitte. Ball launcher. Bald. Nein, brauchen wir schon mal hier. Es deckt das hier nicht mit ab. Einen hier so. Einen da. Und dann können wir direkt. Creeper Egg Threat Identified. Right? Extreme Threat. Defense Unknown. Egg. Was ist das? Ähm. Das ist diese. Not gut. If Sarge ist afraid, I'm in trouble. Wah, no. Hold on. We must not forgo an opportunity for conversation with the others. Eggs are just a fear response. Feel solidarity with those that tremble and fear at the prospect of oblivion. You should consider this. Go in peace, traveler. Hm. I can't always count on you hypocrites. I can't always count on you hypocrites. One each of another two. The warrior and the peacemaker. As was foretold. Each would be necessary part of what would come. Each was a part of what now is created. A sniper unit has been fashioned apart from the warrior and apart from the peacemaker. Use the sniper to continue your journey. Praise by the founders. Wow. I didn't know, Preacher had dead in him. But I take it. Sniper is coming up. Sniper? Gegen? Okay. Okay. Diese Eier, hm? Ex vom Spore-Lounger. Sniper's can't stop them. Hm. Hm. Hier wäre ein guter Ort dafür. Was? Ich verstehe auch nicht, warum die irgendwo hingezogen werden. Noch nicht. Ich brauche einen Sniper, heißt das ja. Hier auch einen. Ah, und der muss auf der Hüttenstelle stehen. Ach, die Dinger macht der hier, ne? Dieser, ah, verdammt. Das hier macht der. Hm. Ärgerlich. Ich brauche da... Hm. Ärgerlich, das ärgert mich. Ah, komm schon. Ich brauche Miners. Äh, da... Hm. Ist das hier so drückbar? Das hier, ja, ne? Scheiße. Hier, geh mal da hin und mach mal platt. Du geh mal hier hin und mach mal da platt. Und... Pylonen brauche ich auch noch. Sniper funktioniert jetzt schon, ne? Der braucht keine extra Munition oder so. Ah. Der zerstört die auch schon da. Sehr, sehr fleißig. Sehr, sehr schön. Die Dinger machen Eier, jetzt schon. Und nachher machen die auch noch Spaws. Hm. Hm, okay. Das ist ja super nervig. Ehrlich gesagt. Bin ich schon lifting? Ich hab noch... Keine Factory. Äh, ich hab keinen Platz für Factory. Knapp. Du brauchst Energie. Für die ganzen Waffen, die ich hier grad hab. Kein Pylon hier hin. Wenn der sich da wegbewegen würde. Und dann kann ich jetzt auch mal endlich die Miner bauen. Ach, oder auch nicht. Was war das grad? Gnarf. Ich brauch noch mehr Sniper anscheinend. Hier bräuchte ich noch einen. Hier einen. Hm. Äh. Ähm. Hm. Sicherheitshalber. Gut. Da oben ist schon mal aktiv. So, jetzt kann ich mal ganz kurz... Ich will hier diese Miner bauen. So geht das. Kann ich da links daneben noch die jetzt einmal so bauen? Einmal, ja. Na, ich stelle mich gut an. Hm. Okay. Passt da ein Pylon hier hin. Perfekt. Deck dir alles ab. Nein. Aber wenn ich hier noch einen Tower hinbaue... Ah, dann passt das. Dann passt das. So. Du musst hier mal langsam ein bisschen aufräumen. Gut. Pause beenden. Äh, ja. Das da nervt. Nein. Ah, verdammt. Kann ich... Kann da nichts retten, oder? Hm. Diese Eier sind super nervig. Aber die Sniper... Der Sniper kann da gar nichts machen. Hm. Hm. Ich brauche hier eigentlich noch einen Tower und einen Sniper. Und Kanonen, die dann das, was da rauskommt, kaputt machen. Und... Ich brauche hier einen Pylon. Und einen Sniper. Die Sniper brauchen immer noch irgendwie Sachen da vorne, ne? Bisschen nervig. Normaler Tower hätte es auch getan, glaube ich. Geht das doch klar, ja, ne? Okay. Ich sollte hier in... Energie ist knapp noch, ne? Ja, dann warte ich erstmal noch. Ich warte erstmal noch. Die haben hier keine Verbindung gerade. Ah, da. Sollte noch ein, zwei Tower bauen. An ein, zwei Stellen. Was für euch denn hier die ganze Zeit? Ach, hier die mit den Eiern, ne? Ah, verdammt. Lol. Na komm. Fünf. Hm. Ja. Ich brauche noch viel mehr Kanonen. Hier rechts, das geht gleich unter. Nein, 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 nein. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Nicht sterben. Halt. Ah. Weg dich mal so lang da hin. Und du dann hier oben hin. Kriegt der das noch gegen gehalten? Weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wow. Wow. Du musst hier weg. Kommt der hier klar? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine Sniper für hier. Ich habe auch noch keine Mörser gebaut, ne? Auch momentan für alles Mörser, habe ich das Gefühl. Also für jede Map brauche ich einen Mörser. Oh mein, da habe ich schon ein Totem aktiviert. Brauche ich blaues Zeug für irgendwas? Hm. Ich habe hier Anti-Air? Ich habe hier Anti-Air. Da habe ich Anti-Air. Okay. Ich habe hier auch einen Totem. Ich brauche mir Mörser. Hm. 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 Mach mal hier, mach mal sauber. Da unten sind die letzten irgendwo gewesen. Und ich brauche noch einen Mörser. Noch mindestens einen. Äh, brauchen wir noch Energie? Nee, ne? Also wir können jetzt das hier in Fire Range oder Raid umändern. Ich glaube in dem Range. Wir brauchen einen Terraformer, einen Terp. Wir sind gerade zu einem. Ähm, nee, nicht da oben hin. Da hin. Und... Fünf ist noch eingestellt. Der muss da oben hin. Und davor muss einer von denen mindestens. So, wir gewinnen hier an Raum. Auf jeden Fall. Und können hier... Higher Raid jetzt auch noch nehmen. Wenn wir unseren nächsten Löffel gleich kriegen. Nee, erst bei 1% erst. Okay. Gut. So weit, so gut. Gut. Mir gefallen, dass das jetzt... Also, dass es jetzt Pylonen und Tower gibt, die... Also... Und die Tower so viel kleiner sind. Das gefällt mir sehr irgendwie. Ähm, nöp. Jetzt haben wir einen. Higher Raid! Danach gehen wir wahrscheinlich wieder auf Energie. Nicht da unten hin. Ich könnte da unten mal was anderes hinschicken. Den da. Okay, richtig. Na, kommt der klar? Ja. Die Angstgeschwindigkeit wird auch immer besser. Ja, sieht gut aus. Jetzt haben wir das so langsam unter Kontrolle. Äh... Wir können hier mal Mörser benutzen. Damit wir Lifting auch wieder kriegen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen in absehbarer Zeit. Aber hey. Was wir haben, haben wir. Gehen wir mal nach da. Äh... Energie und... Building Speed? Ja. Nehmen wir Building Speed. Nehmen wir Movement Speed. Eigentlich brauchen wir das, die beiden. Ja. So. Und bauen jetzt erstmal mal Mod Tower. Ich könnte hier noch ganz schön viel Erz und sowas abbauen, ne? Mit den Minern. Theoretisch. Ne. 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 Nein. Einmal die Schuhe hier überall hinstellen. Als wäre es Nikolaus. Hast nichts mehr zwischendurch. Erledigt. Hm. 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 Einer von euch kann auch mal hier Verordnung schaffen. Er sorgen. Und du kannst das dann. Passt. Der Sniper Dude. Hm. Ich sehe gar nicht. Warum geht das hier nicht? Dass sowas tiefer ist. Hm. Energieversorgung ist gerade kaputt gegangen. Brauchen wir da mal sowas hin? Nach und nach wird der jetzt alles hier kaputt kriegen. Hm. 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 So, der Mörser ist frei. Let's go. Pewp, pewp, pew. Können wir eigentlich auch schon fast wieder die Speed hochdrehen. Äh, ich kümmere mich mal um das hier. Machen wir das mal so. Können wir auch mal direkt einen Pylonen hinsetzen. Können wir die erstmal frei machen. Und dann können wir hier weitermachen. Ich glaube, ich sollte da sogar neue davon bauen. Hm. Wie gut, dass ich hier noch den Mörser habe. Wer macht das dann? Hm. Ich wollte Speed hochdrehen, ne? Ja. Ja. So, du kannst dich hier vorne mit hinstellen. Und du nach dort. Was macht der da? Wo ist denn der eben? Dieser Blob. Der ist ja einfach über die Karte gelaufen, ja? Interessant. Mach mal du hier sauber. Hm. Wird das hier eigentlich weniger jetzt? Weiß es gar nicht. Ich könnte eigentlich mal versuchen, nochmal Platz zu schaffen. Ich glaube, das wird nix. Oder? Also doch. Beim nächsten Mal schon. Okay. Wenn der da vor allem noch hilft. Ja, vielleicht. Hier werdet mal wieder voll. Werdet mal aufgeladen. Guck mal hier. Werdet ihr nicht geheilt? Hm. Guckt auf jeden Fall schon besser aus. Also, holen wir das mal. Ach, die kriegen von da aus Energie. Perfekt. Ja, dann ist das ja kein Problem. Gar nicht mehr. Ich könnte jetzt langsam mal weiter vorrücken. Und wir gucken uns mal hier heute um. Ja. Die machen ihren Job. Hm. Leicht das? Muss ich noch eins zurückstellen, ja? Nee, muss ich nicht. Okay. Äh. Du kannst dich mal hier stellen. Okay. 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 Was ist hier passiert? Woran? Woran? Hier sind Eier. Da sind Eier. Weitzen Toten sind ganz viele Eier. Der macht jetzt nacheinander weg. Sehr gut. Uh, ist sexy. Das reicht nicht. Das schon. Nee, gut. Warte mal ein Stück vorrücken. Okay. Okay. Hm. Kriege ich das hier irgendwie unterbunden? Auch, glaube ich, noch mehr Mörser, oder? Hier hinten noch einen rumstehen? Ich glaube schon. Äh. Weiß ich ihn gerade nicht. Nee, ich habe hinten echt keinen Mörser mehr. Gut, die können ja jetzt hier weiter ballern. Platz schaffen. Räume schaffen, wie man mal Fußball sagen würde. Äh. Hm, der sammelt schon noch einen, ne? Wenn ich wieder was brauche wahrscheinlich erst. Hm. Ich habe schon das Meister von der Karte erobert, anscheinend. Okay. Hm, brauche ich hier jetzt noch einen Sniper? Ich glaube schon. Hm. Struktur. Ah, da ist er. Turb. Uptidur, uptidurb. Hm. Gut. Dann können wir hier Pylonen basteln. Ja, dann haben wir einen Egonne. Ja. Gut, das ist unterdrückt. Wir können weiter. Voran, meine Mann. Ich habe Laserfeuer so viel hier. Äh. Sehr gut. Sehr gut. Wir können hier auch gleich so einen Lullefire bauen. Und dann ist das auch gegessen. Äh, ich brauche mal einen davon. Äh, Objective Obtained. Instant Execute. Packs. Perhaps this will help Ada. Was auch immer das war. Irgendein lustiges Programm habe ich installiert. Und Virus. Und kaputt. Da können wir ein paar platzieren. Und hier. Äh, die hier langweilen sich schon wieder. Einfach mal hier irgendwas setzen. Wie? Wie ist da? Wie ist da denn jetzt bitte super raufgekommen? Da war vorher doch nichts. Die verdampft das sogar da, ne? Ja. Super, gleich weg. Ähm. Hier ist Sniper. Mach mal hier da rechts. Da sind noch Eier. Mhm. Wird das Ding auch was zu tun? Ich habe ein paar viele Mörser auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen will, dass, ähm, dass Mörser hier das Nonplusultra sind im Vergleich zum anderen Teil. Wo die auch schon gut waren, aber halt nicht so gut. Hier ist ja Nonplusultra, brauchst ja nichts anderes mehr eigentlich. Anscheinend. Geh mal da hin. Geht mal töten. Wie hat denn der? 70 hier, die 50. Okay. Okay. Hm, das könnte ein Problem werden. Mal gucken. So viel Suppe, die da jetzt kommt. Aber das hier ist jetzt deinstalliert, genau. Äh, deaktiviert. Also, haben wir keine Probleme. Sehr schön. Geht mal irgendwie nach da. Und dann schauen wir mal. Nee, da hinten. Äh, Sniperino? Hier. So, wenn da irgendwas rauskommen sollte, dann haben wir das. Nollafire hier irgendwo zwischen. Clem. Äh, Totems aktivieren. Ein Totem fehlt mir. Ist das da unten? Joa. Alles andere habe ich, ne? Ja, noch das Totem. Oder bin ich durch? Und ich habe sogar, also alle Zerg hier, alle Creep, habe ich ziemlich alles weggemacht. Außer hier diese letzten Dinge, die irgendwann verdampfen. Yeah, geschafft. Gar nicht so lange dauert diesmal wieder. Sehr schön. Also dann, das ist The Vaunt Priest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.